Das vorletzte Zeichen. Mhm. Drei, fünf, fünf wahrscheinlich. Treffer oder... Was denn fünf? Mhm. Weil Gehirn irgendwas graben, das sollte eine Zahl sein. Mhm. Mhm. Drei, fünf? Weiß nicht. Acht? Ja, also... Ja, ist halt der kleine Strich von der Drei und der große von der Fünf, aber vielleicht ist der auch nur in dem Encodierungsding verrutscht. Also ist eigentlich eine Fünf. Weiß ich nicht, aber das können wir ausprobieren. Drei oder fünf, würde ich sagen. Jetzt musst du mir sagen, wann jede Zeile aufhört. Okay. Bei welchem Wort? Die erste hört auf nach Zuwenden, nach dem ersten Zuwenden. Mhm. Dann hört die zweite auf nach Osten. Mhm. Und die dritte nach dem Gehen, dem drittletzten Wort Gehen. Okay. Okay. Also haben wir. Von Norden, Höhle, Rand, Schiff zuwenden. Also Norden müssen wir jetzt... Das ist, äh... Das würde ich sagen, das Erste. Ja. Würde ich auch sagen. Nico, bist du am Leben? Ich bin da. Ja. Einmal für Ja und zweimal für Nein. Hört ihr mich? Ja. Ach. Der Alex macht nur Quatsch. Ey. Wo ist denn Norden? Norden ist... Da rechts von uns quasi. Wir sind eigentlich... Wo ist denn mein Kompass? Ich... Hab so überhaupt keine... Norden ist da hinten. Wir müssen auf der Insel bleiben. Jaja. Vielleicht müssen wir nach oben. Das könnte durchaus sein. Ich... Okay. Ich guck mir mal von der Seite an hier alles. Und was suchen wir? Höhle. Höhle. Und dann zum... Da müssen Schiffe in der Nähe sein, wo wir hingucken. So verstehe ich das jetzt. Ich auch. Ich sehe ein Schwein. Das ist auf jeden Fall kein Schiff. Oh. Ähm... Ein Schiff. Also ich hätte hier ein... Du hast eine Höhle. Gut. Wo ist eine Höhle? Nee, nee. Erst mal suchen wir eine Höhle. Kein Schiff. Ja, ja. Ich hab verstanden. Du hast eine Höhle. Ach so, nee. Entschuldigung. Schiff könnte theoretisch bedeuten zum Steg. Ich habe hier ein Boot. Joa, nicht. Ein Boot. Hey, da unten ist ja der Alec gelaufen, oder? Ja, die Höhle ist also hier. Rand. Von Norden Höhle. Rand. Schiff. Rand? Ich hab bestimmt nicht Rand vorgelesen. Du hast Rand vorgelesen. Rand? Echt? Mhm. Äh, ich sag's dir gleich. Schiff. Hm, das war das hier. Es gibt keine Chiffre, die Rand heißt. Wasser zuwenden. Du hast mir Rand gesagt. Nein. Nein. Strand. Ja, das hab ich gesagt. Strand. Rand. Die Säugel, die da drinnen haben. Was für ein Rand. Ja, so schon sind wir. Wie war's am Rand? Ich hab da nicht Rand gesagt. Doch, du hast Rand gesagt. Okay. Ja, nech. Dann lass mal zum Rand gehen. Wir sind am Rand. Aber was heißt denn Einstellung Sonne? Ja, Richtung Sonne wenden. Nur, äh, ja. Zu welcher Uhrzeit? Genau. That's the question of the day. Was ist da oben? Da muss man noch irgendwie hinkommen. Das nervt mich vielleicht. Äh, wer trinkt da gerade? Keiner. Entschuldigung, das war nur ein Schluck. Ach so. Süd-Süd-Osten. Ne, Süd-Osten. Ey, pack mal deine Nuggets wieder ein. Aber ist es die einzige Höhle? Ja, ne? Aber man soll ja von Norden kommen. Okay. Wo ist denn genau die Höhle? Hier. Hier. Hier ist doch die Höhle. Ja. Aber Norden ist halt direkt hinter der Höhle. Ja, das ist das Problem. Ah, die Höhle hat ein Dach, also ein Loch im Dach oben. Ein Loch ist im Einer. Also kann es sein, dass halt oben gemeint ist. Ich jetzt das mit Rand gemeint. Der ist so blöd. Ich weiß nicht, ob ich es lustig finden soll, aber mobbt ihr mich gerade? Nö. Alles klar. Aber wie kommt man denn hoch? Ja, das check ich eben nicht. Ja, ich schätze. Muss man sich hoch schießen? Gute Idee. Ich mach. Ja. Ja, ich find keinen Weg hoch. Ich find keinen Weg. Schiff. Ich such mal ein Schiff. Schiff. Au. Ich werde mit euch wissen, wir sind so richtig doof. Ich hab auch so ne Vermotung. Halleluja. Na, es kommt ein Unwetter. Jetzt steh ich hier. Und jetzt? Da kommt man nicht hoch. Jetzt steh ich hier und weiß nicht weiter. Kannst du nochmal den ganzen Text oder die erste Zeile vorlesen, bitte? Aber na klar. Also. Kapitän Schädel. Von Nordenhöhle. Strand. Schiff zuwenden. Was? Glasbohnen hier. Drei Skelette vor mir. Ziemlich frech. Ich seh aber kein Schiff. Pling. Irgendwie muss man doch auf den Berg auch kommen. Moment. Ich bin ehrlich, ich glaub ich bin zu müde um dieses Insel zu verstehen. Äh. Ich war mir am Anfang nicht mal sicher, ob wir auf dieser Insel bleiben müssen. Ich hab ein Brett vor dem Kopf gefunden. Was war nach Schiff zuwenden nochmal? Einstellung Sonne. Gehen. Sieben zuwenden. Nee, nee, nee. Was war mit Strand? Also in welche Reihenfolge kommen wir mal Strand und Schiff? Ich hab's grad auch nicht. Strand und dann Schiff. Was ist denn mit dem Text links davon? Ist der ja uninteressant. Mein Ruheplatz ist mit H versehen im Friedhof. Mhm. Gibt's hier nen Friedhof? Hab ich keinen gesehen. Aber wenn wir ein H haben, sind wir richtig. Was ist denn da? Ah. Sonne. Sonne. Aufgehende Sonne, untergehende Sonne. Ich glaube das ist mit gemeint. Einstellung Sonne ist glaube ich falsch übersetzt. Ach das wäre untergehende Sonne wahrscheinlich. Ach nee. Hör auf, dass das nicht schon wieder an der Übersetzung hakt. Ach ja natürlich. Ich bin, ja ja. Die Zeichen. Das eine ist aufgehende Sonne, das andere muss dann untergehende Sonne sein. Mhm. Also nach Westen. Okay. Sieben. Okay. Hä, Westen ist aber mitten im Meer. Ja. Von hier aus vielleicht nicht. Und dann? Dann gehen sieben zuwenden Südosten. Mhm. Also Einstellung Sonne gehen. Also Untergang Sonne gehen. Sieben zuwenden Südosten. Also gehe sieben Schritte und wende dich Südosten zu. Aber das setzt ja voraus, dass wir... Oh nein. Hier wird Besuch. Der Besuch vom dicken Max. Der erste ist down. Ich bin tot. Wo bist du? Auf dem Stein. Dein Geschwil. Achso. Ich glaube wir haben uns drum gekümmert. Hm. Wir müssten doch mal wissen, wo wir starten. Ernsthaft? Hä? Es ist so unfassbar doof. Ach, das Schiff. Von dem Schiff aus hier. Guck mal. Von hier aus musst du Richtung Südosten gehen. Ja, okay. Gut. Das ist hier bis zum Felsen. Und wenn du am Felsen stehst, ich meine du landest dann irgendwo hier. Dann gehst du zum Felsen und dann sagst du Süden gehen, fünf Schritte graben. Abfahrt. Okay. Ja gut. Ja. Also das war doch nicht so schwer. Umso besser. Ach Mensch. Was müssen wir jetzt machen? Ähm. Wohin müssen wir den bringen? Gute Frage. Hm. So du Leute, da ist er ja. Wer will den Schädel haben? Ah, ich muss ihn... Warte mal. Ich muss ruhen werden. Ich schlafe. Bringst du mir den knochigen Schädel dieses Gauners Douglas. Wenn Captain Shaw Maul Befehle befolgen kann, habe ich bald auch die Mittel, um ihn zu uns zurück zu holen. Mein Ruheplatz ist mit Haar versehen im Friedhof. In welchem Friedhof? Kann es sein, dass es hier einen Friedhof gibt? Habe ich auch schon gesucht, aber... Habe ich jetzt nicht gefunden. Hm. Ähm. Warte mal. Äh, da. Ähm. Also, okay. Mehr stand in diesem kryptischen Text nicht drin, oder? Das war alles. Nur um den Schädel zu finden. Ja. Äh, wir haben ja mit Tyler nicht gesprochen, ne? Nee. Okay. Ich bin sofort wieder da. Mhm. Das muss doch irgendwie hier dann auf der Insel sein, oder? Nee. Ähm. Ich glaube, wir müssen noch mit diesem Tyler sprechen. Weil ich glaube, wir haben... Ich... Ich kann mich vage an irgendetwas erinnern. Also zurückfahren? Ja. Komm sofort. Ist eh besser, wenn wir den Sturm vermeiden. Eben. Ah, das ist... Keine Ahnung. Das ist schwierig. So eine total durchge... Also für uns... Ja, wir hätten einfach alles von vorne nochmal machen sollen. Lieber mit Wiederholung, aber ordentlich. Ja, das ist so doof. Jetzt weiß man nämlich nicht ganz genau, wer wo was gemacht hat, und... Ja. Und... Socken wir schaffen. Kannst du unten ein bisschen shippen? Komm. Komm dabei. Danke. Okay. Okay. So. Eins. Und... Zwei. So. Volle Bahn. Sind wir gleich da. Äh. Ich bin aber hart vom Kurs abgekommen. Wir müssen Richtung Norden. Hm. Das ist nicht gut. Ne, aber wir konnten ja nicht durch den Fels fahren jetzt. Ne. Okay. Jetzt so ein bisschen... Dämmerts langsam. Okay. Ja. Ich drehe schon. Äh. Müssen wir noch viel drehen? Äh. Es geht. Weiter würde ich nicht drehen. Ja, genau. Ja. Das passt da vorne glaube ich gerade. Jo. Freie Bohnen. Da vorne leuchtet ein Geisterschiff. Hallo Geisterschiff. Also wenn ich... Wir müssen zu dem Außenposten, oder? Ja. Da müssen wir jetzt aber eher westlich. Und? Ich? Ja, guck mal auf die Karte. Mhm. Mhm. Dann... Östlich. Ich sehe wir sind unterwegs. Ja, genau. Wir reisen jetzt nochmal zum Sanctuary und sprechen mit diesem Tyler. Okay. Okay. Ich glaube der hat die... Den zweiten Teil der ganzen Sache. Dann einmal komplett in den Westen. Jo. Jo. Wie die Cora ja schon sagte. Okay. Jo. Ho. Jo. 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 Ho. So. Gleich. Das leuchtet schon schön. Guck, ich kann auch leuchten. Jetzt glühst du. Ich kann auch glühn. Okay. Hast du gerade das Schiff an gezündet? Ähm... Maybe. Den Mast. Einfach den kompletten Mast. Dabei jetzt selber löschen. Ist doch wieder gut. Komm. Hat Spaß gemacht. Was macht das denn? Seit wann husten die? Schon immer. Okay. Oder... Häufiger jetzt. Keine Ahnung. Nur die Katze war. Bucky war auf mich sauer. Wir waren auch sauer. Achso. Aber Bucky war sauer. Mhm. Ich kenn deine Priorität. Da. Es schnurt. Hi. Hi. Geben. Nimm. Kann ich nicht. Du musst es mir mit Rechtsklick geben. Tschüss. Viel Spaß beim Lenken. Niko. Wohin müssen wir? Wir sind quasi da. Ah, okay. Ja, fein. Sind wir da? Ähm. Gut. Ich würde sagen... Ja. Würde ich auch sagen. Danke fürs Anker. Los. Also reinhauen. Ah, wir haben hier ne Notiz. Hast du gepasst? Was haben wir? Eine Notiz bei dem... bei dem Tuch, was wir da haben. Ich bring mal kurz unsere Geschenke weg, ne? Die wir noch haben. Ach, stimmt ja. Wir haben ja noch einen Haufen Zeug. Das können wir ja verkaufen, gell? Okay. Also auch wieder zurückschwimmen. Ich hab's auch voll vergessen. Ich hab den Sirenenstein. Mal schauen, wo ich den verkauft bin. Sirenen. Sirenen. Madame Olivia. Uh, 2000. Hallo. Genau. Wo ist denn der, äh, Tyler? Da. Hm. Hm. Do I know you? Ähm. Ich frag ihn mal schnell. Kennst du die Uniformen? Ich hab gedacht, dass wir eine Bärenfalle sind. Von dieser schicken Galleone. Der Moran. Maverick. Der Morningstar. Ja, genau. Das war der, der so nicht auf die Idee kam. Hm. Wo wir bezahlt haben. Oh, jetzt hab ich ihn ja aufgeschrieben. Aha. Wiesbuch verlegt. Commander. Aha. Hm. Sunken Grove. Oh. Don't forget to return. Sunken Grove. Na. Na. Nimm's. 3,50. Hey, da kommt ein bisschen was zu sehen. Die Schatzkiste können wir, glaub ich, auch verkaufen, ja? Schädel. Kann man? Hm. Auch bei dem Typen. Wer hat's probiert? Ich. Ja, kann man. Jo, passt. Haben wir wieder ein kleines bisschen Cash gemacht. Yeah. Wir haben noch was da. Ich... Was hast du noch da? Ich hab noch eine Schatzkirche in der Hand. Oh, perfekt. Oha. Der Nico rascht aus. Ja ist rất Likewise. Wir werden reich. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020